Inflation ist nicht neu. Dieses menschengemachte Desaster bedrängt die Zivilisationen bereits mindestens seit dem antiken Rom. Um seine verschwenderischen Ausgaben zu finanzieren, gründete der römische Kaiser Nero im 1. Jahrhundert die römische Währung, den Dinar. Wie hat er es gemacht? Indem er das wertvolle Silber gegen das wertlose Kupfer austauschte. Und das war erst der Anfang. Roms korrupte Regierung etablierte diese Münzprägung dann als Standard. Im 4. Jahrhundert war der Preis für Weizen 2 Millionen Mal so hoch wie in der Mitte des 2. Jahrhunderts. Im 5. Jahrhundert wurde Rom überrannt nicht von Barbaren, sondern von der Inflation. Im 16. Jahrhundert hat König Henry VIII. im Grunde das Gleiche mit der Münzprägung gemacht, um für seine Kriege, seine Scheidungen und ausschweifenden Lebensstil zu bezahlen. Es wurde als die große Entwertung bekannt. Preise für Lebensmittel stiegen stark an. Henry überließ es schließlich seiner Tochter, Königin Elisabeth I., durch die Ausgabe neuer, hochwertiger Münzen aufzuräumen und so den Weg für den Aufstieg Englands zur Großmacht zu ebnen. Der Kontinentalkongress der amerikanischen Revolution versuchte, seine Geldprobleme durch das Bezahlen von Soldaten mit Papiergeld zu lösen. Die erste US-Währung, der Kontinental-Dollar, wurde so übermäßig gedruckt, dass er zu Konfetti wurde und in hyperinflationäre Vergessenheit geriet. Alexander Hamilton, der erste Finanzminister, rettete den Tag, indem er den US-Dollar an die Goldmenge koppelte. Personen wie Elisabeth I. und Alexander Hamilton sind selten. Für gewöhnlich enden diese Geschichten nicht gut. In den 1920ern führte das zügellose Gelddrucken in der Weimarer Republik in einen hyperinflationären Kollaps und letztlich in den Aufstieg von Adolf Hitler. Argentinien, einst das wohlhabendste Land Südamerikas, hat sich nie wieder richtig erholt von seiner wilden Gelddruckerei in den 1950ern. Und Zimbabwe ist heute eines der ärmsten und korruptesten Länder Afrikas und bekannt für seine 100 Billionen Dollar Noten. Suche nach einem Grund für einen gesellschaftlichen Zusammenbruch und für gewöhnlich findest du das I-Wort. Was genau ist Inflation? Es gibt zwei Arten, nicht monetär und monetär. Wenn ein Hurricane im Golf von Mexiko wütet und wegen der unterbrochenen Ölproduktion die Benzinpreise steigen, ist das nicht monetäre Inflation. Der Preisanstieg wegen eines externen Ereignisses. Mit der Zeit erholt sich der Markt und die Preise normalisieren sich. Monetäre Inflation ist etwas völlig anderes. Sie ist eine Preisverzerrung, die auftritt, wenn Geld seinen Wert verliert. Es ist das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Warum sind meine Lebensmittelkosten, die mal 100 Dollar betrugen, nun bei 200 Dollar? Weil ihr Geld Wert verliert. Es ist nicht so, dass Bananen mit einmal mehr wert sind, sondern ihr Geld ist weniger wert. Das kann schnell passieren, wie wir es 2021 gesehen haben, oder langsam, wie zum Beispiel 1970. Eine Dose Cola kostete 10 Cent, ein Big Mac 65 Cent. 50 Jahre später kostet ein Big Mac 5 Dollar und Sie können froh sein, eine Cola am Automaten für 2 Dollar zu bekommen. Offensichtlich haben sich diese Produkte nicht verändert. Es ist der Dollar, der weit weniger wert ist. Diese Entwertung in Zeitlupe ist der Grund, warum junge Menschen heute gerade so ihre Miete zahlen können, während ihre Eltern, die vor vielen Jahren weit weniger verdienten, ein Haus kaufen konnten. Ihre Dollar waren mehr wert. Wenn Sie sich davon betrogen fühlen, kann ich es Ihnen nicht übernehmen. Das wurden Sie. Wohin sollten Sie Ihren Ärger also richten? Sie können beim 37. US-Präsidenten anfangen, Richard Nixon. Das Schlimmste, was er getan hat, war nicht Watergate, sondern 1971 den Dollar vom Goldstandard zu entbinden. Genau das, was Alexander Hamilton zwei Jahrhunderte zuvor eingeführt hat. Das ermöglichte der Zentralbank, Dollar mehr oder weniger nach gut dünken zu drucken. Wäre der Wert des Dollars an den Goldstandard gebunden geblieben, wäre die US-Wirtschaft heute geschätzt 50% größer, als sie es ist. In einem Universum ohne Inflation könnten Sie sich das Haus kaufen. Woran ist der Dollar heute also gebunden? Wenn nicht an Gold. An nichts mehr als an Glauben. Den Glauben daran, dass ihr Geld morgen noch so viel wert ist wie heute und nächstes und übernächstes Jahr. Aber es wird immer schwieriger, diesen Glauben aufrechtzuhalten, während die Regierung Billionen von Dollar druckt, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Der schlimmste Effekt von Inflation ist die Auswirkung in das soziale Vertrauen. Geld wurde überhaupt erfunden, um Handel zwischen sich fremden Menschen zu ermöglichen, mit einer wechselseitig und gemeinschaftlich übereinstimmenden Wertheinheit. Geld ist ein Vertrauensvermittler. Ohne dieses Vertrauen lösen sich soziale Beziehungen und das Leben, wie wir es kennen, letztlich auf. Sind wir also verdammt zu diesem Schicksal? Nein. Genauso wenig, wie es England oder Amerika zu ihrer Zeit der Gründung waren. Wir müssen den Dollar wieder an einen sicheren Anker, wie dem Gold oder einen anderen wertvollen Standard binden. Jetzt ist die Zeit, eine Debatte zu starten. Oder wir werden den gleichen Weg gehen wie Rom. Und darauf kannst du deine letzten Dinar verwetten. Mein Name ist Steve Forb, Co-Autor von Inflation. Was sie ist, warum sie schlecht ist und was man gegen sie unternimmt. Um und mich fertig beziehen. Wie es sein ist? Was sie mehr? Wie er. Wie viel mich vor. Die Luse von Inflation. Die Luse von Ruise. Wie viel morgens. Hier 돼. Wie viel Günter. Ohneいい canvas. Wie viel Platz. Wie Schroß.